Ich bin Hanna, Hanna Pavelke. Ich bin 26 Jahre alt und arbeite bei der Passionate als Technical Consultant im Database Publishing Bereich. Dann wie vieler Print Day ist das und wie empfindest du ihn? Das ist mein erster Print Day und ich bin, muss ich zugeben, sehr überwältigt, auch vor allem von der Präsenz. Es sind super viele Leute hier, hätte ich nicht gedacht, weil die Branche ja doch relativ klein ist, aber das Interesse ist groß. Und es gibt total viele interessante Vorträge. Ich lerne sehr viel Neues, ich lerne sehr viele Menschen kennen und ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist schön. Du sagst gerade, du bist 26 im Database Publishing Team. Wie bist du an Database Publishing gekommen? Durch LinkedIn tatsächlich. Mir wurde eine offene Stellenanzeige vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal. Und dann hat mich mein Chef zum Gespräch eingeladen und schneller als ich gucken konnte, war ich plötzlich dort. Und wie findest du das Thema Publishing jetzt so aus der Brille von jemandem, der es umsetzt und berät? Sehr, sehr interessant. Also es wird ja immer so als ein bisschen Altbacken wahrgenommen. So, oh Gott, wer macht noch Print tatsächlich? Vor allem physisch. Und gerade diese Transformation, das alte in das neue Medium zu übertragen, finde ich sehr spannend. Und ist auch eine ungewohnte Herausforderung.